Ein vorgeschobener Artilleriebeobachter. Die Sowjets antworten. Unsere Artillerie beschießt eine sowjetische Beobachtungsstelle in einer Häuserruine. Truppenansammlungen der Sowjets in einem Waldstück sind beobachtet worden. Die zusammengefasste Feuerkraft der deutschen Batterien wird auf diesen Abschnitt gerichtet. Ich habe schonpiessositionen und das Wasser hineingebracht worden. Ich habe auch schon oft verèreside, das hätte gespartkt. Ich schütze sich hier verschüßen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das Ziel sind die durch große Panzer, Infanterie und Artilleriemassen überfüllten und verstockten Nachschubwege der Sowjets. Das war's. 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 Dieser Schlupfwinkel wird rücksichtslos ausgeräuchert. In einem anderen Kampfabschnitt. Ein Verwundeter wird geborgen. Nach hartem Kampf Mann gegen Mann ist der Feind zurückgeworfen. Auch hier sind die blutigen Verluste der Sowjets weit höher als die Zahl der eingebrachten Gefangenen. Verhör sofort nach der Gefangennahme. Erbeutete Waffen und Materialmengen. Panzer in Ruhestellung. Ein Bad vor der Tenne. Der Brief an Mutter war lange fällig. Neuer Einsatzbefehl. Es gilt, einen feindlichen Einbruch abzuriegeln. Schwieriger Übergang über eine Notbrücke. Unsere Tiger haben den Kampfraum erreicht. Sowjetische Schlachtflieger greifen an. Die feindlichen Bomben fallen fast wirkungslos in die weit auseinandergezogenen deutschen Verbände. Bomben, Einschläge und Bordwaffenfeuer. Ein Blindgänger. Sowjetpanzer stoßen vor. Wohlgesichtes Abwehrfeuer schlägt ihnen entgegen. Kampfpanzer gegen Panzer. Artillerie unterstützt den Angriff unserer Grenadiere und Panzer durch gut liegendes Wirkungsfeuer. Wohlgesicht. 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 Werfer-Batterien reißen gewaltige Lücken in die feindlichen Reihen. Überall brennende Feindpanzer. Auch schwerste sowjetische und USA-Panzer modernster Bauart wurden zerschlagen. Hier zerschmetterten unsere Stuka-Bomben einen sowjetischen Panzerzug. In drei Wochen härtester Materialschlacht wurden weit über 7.000 Feindpanzer erbeutet oder vernichtet. Tag und Nacht hämmern die Bomben unserer Kampfflugzeuge und die Granaten unserer Artillerie- und Werferbatterien auf die Stellungen der Sowjets. Sie fügen dem Feind immer wieder unersetzliche Verluste an Menschen und Material zu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020